U però però! U però però… Majority! U lo...? So, liebe Lasker. Hallo, hallo Last inns. Liebe Last inns. Liebe Laske. Hallo, liebe Laske. Hallo, liebe Laske. Hallo, liebe Laske. Hallo, liebe Lasker. Liebe Laske, dir Lastwedz Endlich ist es soweit. Wir sind retour in der Bundesliga. Gratuliere eurer Mannschaft zum Aufstieg in die Bundesliga. Genau vor 10 Jahren sind wir mit unserer Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen. Nun seid ihr zurück in der geilsten Liga Österreichs. Genießt die Zeit in der Bundesliga. Fingmann behauptet, Laskert in die Bundesliga, wichtig für den österreichischen Fußball, endlich geschafft. Und es wird sicher Bereicherung für die Bundesliga sein. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Schwarz-Weiß nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielt. Vor allem natürlich für einige Spieler. Mir fällt jetzt der Babo Berwan ein, für den ich mich wirklich ganz besonders freue. Aber auch für einige Fans oder für die meisten der Fans, die auch wirklich in schweren Zeiten das alles mitgemacht haben. Ich erinnere nur ans Training in der Neuen Heimat oder die Spiele in Schwanenstadt. Also denen bin ich es wirklich ganz 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 besonders vergönnt, damit sie jetzt wieder Bundesliga-Luft schnuppern dürfen nächstes Jahr. Als ehemaliger Spieler von der Meistermannschaft 1905 freut es mich besonders, dass der Lask wieder erstklassig ist. Ich möchte dem Trainer und dem Vereinsvorstand gratulieren zum Aufstieg. Aufsteigen ist immer schwer. Ich hoffe, dass der Lask sich gut verstärken kann, um dann auch in der ersten Liga eine Rolle zu spielen. Herzlichen Gratulation zum Meistertitel in der Skalco Erste Liga und zum Aufstieg in die Tipico Bundesliga. Es freut mich sehr, dass der Verein, die Fans und die Mannschaft sehr kontinuierlich und ruhig gearbeitet haben und somit belohnt wurden. Ich wünsche den Lask-Fans und dem Verein alles Gute für die Zukunft und viel Spaß in der Bundesliga. Ich bin Eugene Daddy und ich möchte nur gratulieren für diese Saison, diese sehr gute Saison. Wir sind nach der Bundesliga zurückgekommen. Ich wollte nur einmal viel Glück sagen für nächstes Jahr und hoffentlich alles werde gut. Ich möchte euch auf diesem Weg gratulieren zum Aufstieg und zum Meistertitel und wünsche euch für das nächste Jahr alles Gute. Dass ihr eure Ziele erreicht und feiert es noch brav, so ob sich verdient. Liebe Grüße, euer Hiebe. Nach lange, lange, lange Weg, Lask ist wieder da, wo ich hingehielt. Ich weiß, das war ein nicht einfacher Weg. Ich weiß, das hat Spielern alles, alles, alles gegeben. Und noch einmal Glückwunsch zu Spielern, Glückwunsch zum Trainerstab, zum Präsidium. Ich gratuliere euch herzlich zum Wiederaufstieg in die Bundesliga und wir werden dort hoffentlich viel Erfolg feiern. Für die Anhänger hoffe ich, dass sie wieder gute Spiele sehen und in diesem Sinne möchte ich noch einmal dem Verein gratulieren und auch dem teuren Anhänger, die unsere Mannschaft so unterstützt hat. Ich freue mich sehr über euren Aufstieg in die Bundesliga, da gehört ihr auf jeden Fall hin. Ich wünsche euch eine gute Feier und alles Gute für die Zukunft. Glückwunsch zum Aufstieg, echt starke Leistung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, habe natürlich jedes Spiel, soweit es ging, vom Fernseher mitverfolgt. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr in der Bundesliga auch einmal live vorbeischauen kann im Stadion. Endlich wieder dort, wo der Lars Kinkert. Ich wünsche euch alles Gute für nächstes Jahr und hoffentlich nie mehr in der zweiten Liga. Liebe Grüße. Große Danke, muss man bei Fans sagen, was immer die Mannschaft und Vereine unterstützen. Und noch einmal viel Spaß in der Bundesliga. Ich weiß, das wird ein geile Jahr. Alles Gute und alles Liebe von eurem Radogol.